Oh, wie das jetzt? Hmm, hmm. Hier einfach lang, oder? Jo. Okay, war echt nicht so schön. Weiß nicht, ob ich auf die raufspringen kann. Ich will es nicht riskieren jetzt. Oh Gott, hier geht's ab. Helmar Time. Okay. Renn! Oh my fucking God. Das ist awesome. War auch nicht schwer eigentlich, einfach nur rennen. Helmar, ich weiß, dass mir immer Moonwalk macht. Cool. Yay, ist auch nicht so schwer. Überhaupt nicht schwer, um genau zu sein. Aber ich kann es jetzt und ich weiß, wie es geht. So, dich hauen wir kaputt. Ist in der Wand ja was drin. Nein. Ich gehe jetzt wie alle Treppen mit Moonwalk hoch. Oh, das kann ich mir richtig gut vorstellen. So, du stirbst. Und du auch. Nichts kaputt machen. Wir sind Boss, oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, was kommt? Dunkel. Wow, die wollen mich zerquetschen. What the fuck? Und schon wieder so Sachen von oben. Können wir mich hier aufzuquetschen? Nein. Nein. Nein, ich glaube nicht. Das ist gut. Der wird immer kleiner. Das ist gut oder wahrscheinlich schlecht. Oh Gott. Wie soll ich den machen? Ohne zu sterben. Aber er hat... Oh, was ist das? Ja. Ich muss... Scheiße. Ich muss den ganzen Kram nochmal machen. Wie nett ist das denn? Und ich lasse mich von allen Fledermäusen wahrscheinlich jetzt treffen. Okay, das ist nicht gerade nett. Nein, das ist nicht nett. Gott, oh Gott. Ich muss den ganzen Scheiß nochmal. Wie war das jetzt? Jetzt gehen? Nee. Nach diesem Gehen hier. Nach diesen beiden hier. Oder ich glaube, ja. Renn. Renn, 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 renn. Gut. Wahrscheinlich kann man auf die rauf. Die gab's ja bei Kesselpen hier drei schon. Aber nee, ich will es nicht riskieren. Und jetzt lauuf. Lauuf. Irgendwo muss ich eine Wand sein, die man zerstören kann. Am Boden vielleicht? Naja, sieht mir nicht so aus. Hm. Ja, nee. Die vielleicht, die hab ich schon probiert, oder? Ich hab die meisten probiert. Alle. Alle. Hm, hm, hm. Naja, ich probiere es trotzdem nochmal. Aber da ist Essen drin. Das ist gut. Hab ich ganz vergessen. Das reicht schon. Bisher jedenfalls. Und da ist auch der Boss, oder? Okay, dann hab ich voll Energie. Okay, versuchen wir den nochmal. Hm. Boah, ist der Pferd am Anfang. Ja, das ist wahrscheinlich die ganz einfache Strategie, oder? Aus, ich renn' noch rein diesmal. Stirb. Schneller als ich. Und ich sterbe. Ich merk's schon. Stirb. Ja. Hm. 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 Was ist jetzt? Oh mein Gott. Erinnert mich ein wenig an den Wal-Aus-Kirby-Fun-Pack. Aber ich hab's geschafft. Yay. Yay. Das war Level... ...vier, fünf... ...von acht Levels jedenfalls. Jetzt betreten wir schon das Schloss. Von Castlevania. Also die Castlevania. Betreten wir. Hm. Wow, mit mehreren... ...mit dem Vorground. Das war knapp, aber okay. Oh, die Teile kommen wieder. Aber die Teile sehen schöner aus. Und diese Goblins da. Mochte ich nicht. Das sind so Evil Rabbids. Das ist schon cool. Und vom Tragen von Harp hier. Kreuz, das ist gut. Auch die gibt's wieder. Die ultra-harten Dämonen, die Eintreffer aushalten. Und wir gehen natürlich hier lang. Und gucken, was da ist. Und so ein Typ ist hier. Okay. Die roten Lichter im Hintergrund haben anscheinend nichts zusammen. Die sind einfach nur da. Und ich glaub sogar, das ist der normale Weg, den man gehen soll, oder? Oder es gibt zwei Wege. Das kann auch sein. Boah, hab hierhin. Boah, hab hierhin. So, seh ich noch. Okay, bisher ist nichts anspruchsvolles da. So, ich töte jetzt dich noch. Scheiße. Und mit diesen schönen Dings höre ich auch erstmal auf mit Castlevania 4 oder Super Castlevania 4. Ich bin Deutschman. Lark.